Hallo und herzlich willkommen bei Marein Caravaning, ihrem Carthago Center West. Hier steht sie, eine niegelnagelneue, original verpackte PlayStation 5. Wer hätte sie nicht schon gerne? Ich hätte sie auch ganz gerne und auch mein Sohn hätte sie gerne. Wir selber haben also selber noch keine PlayStation 5. Aber ich möchte hier mit Ihnen zusammen ein Gewinnspiel starten. Und zwar möchte ich diese PlayStation 5 unter den Abonnenten meines YouTube-Kanal auslosen. Was müssen Sie dafür tun? Sie abonnieren den Kanal und schreiben in den Kommentaren, warum ausgerechnet Sie eine solche PlayStation 5 brauchen oder glauben, der Richtige zu sein, der dieses Gerät am Ende des Tages gewinnt. Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Es gibt viele hunderttausend Menschen, die unsere Filme anschauen. Wir haben stellenweise Filme, die in ganz, ganz kurzer Zeit über hunderttausend, zweihunderttausend Klicks haben. Aber nur die wenigsten abonnieren meinen Kanal. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache ein Gewinnspiel, bei dem jeder irgendwie Interesse hat, daran teilzunehmen. Weil selbst wenn Sie selber kein Interesse an der PlayStation haben, garantiert wird eins Ihrer Kinder oder gar Enkelkinder ein großes Interesse daran haben. Mensch, PlayStation 5, Papa, Mama, Opa, Oma, da macht doch mal gerade mit. Alleine die 20 Meter vom Eingang bis hierher zu diesem roten Tisch haben dazu geführt, dass drei Kunden gesagt haben, Boah, PlayStation 5, die hätte ich auch gerne. Und vielleicht denken Sie auch so. Also, ganz einfach, Kanal abonnieren, in den Kommentaren reinschreiben, warum genau Sie eine PlayStation 5 brauchen. Und in circa vier bis sechs Wochen werden wir den Gewinner für diese tolle, original verpackte PlayStation 5 bekannt geben. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen würden, auf über 50.000 Abonnenten zu kommen. Im Moment stehen wir bei 2.960 Abonnenten. Alleine in den letzten sechs Wochen sind circa 1.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal dazugekommen. Jetzt sind Sie gefragt. Also, fleißig liken, fleißig abonnieren und in den Kommentaren schreiben. Und schon könnte die PlayStation 5 bald Ihnen gehören. Weitere Informationen, wann und wer die PlayStation 5 gewonnen hat, das werden wir hier auf diesem Kanal natürlich bekannt geben. Auch genau, was zu tun ist, damit Sie sich am Ende des Tages verifizieren können, diese PlayStation auch wirklich gewonnen zu haben. Also, tschüss. Wir sehen uns und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ihr Andreas Morehin.